Wir sitzen heute im Goethe-Institut von Barcelona. Mein Name ist Cecilia Dreimüller. Neben mir habe ich Jenny Erpenbeck, mit der ich über Ihren Roman Gehen, Ging, gegangen sprechen werde, der gerade ins Katalanische und ins Spanische übertragen worden ist. Frau Erpenbeck, Ihre Romane behandeln oft politlastige Themen. Würden Sie sich als politische Autoren bezeichnen? Ja, inzwischen glaube ich schon, aber es war mir am Anfang gar nicht selber bewusst. Ich habe immer bei konkreten Geschichten angefangen, bei Fallgeschichten, bei Geschichten aus meiner Familie, die ich kenne und bin dann eigentlich bei der Politik gelandet. Und im Laufe der Bücher, die ich geschrieben habe, hat es mich eigentlich mehr und mehr interessiert, wie diese Verbindung ist zwischen Politik und privatem Leben und auch die Überlegung, dass die Politik quasi bis in die Körper sichtbar wird, in Menschen, in Biografien sowieso, aber auch bis ins Innerste kommt. Und dass es eigentlich eben auch gar keine politische Entscheidung gibt, ohne dass sie Folgen hat in den Leben von konkreten Menschen, das kann einen schon eine gute Zeit beschäftigen. Ihr Roman erschien in Deutschland 2015, genau auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Wie kam es zu dieser zeitlichen Koizidenz? Naja, ich bin ja nicht diejenige, die die Flüchtlingskrise geplant hat. Ich bin schon vorher aufmerksam geworden, zum einen auf die Flüchtlinge, die in unseren Städten ja schon auch 2012, 2013 sichtbar waren, wenn es auch damals noch nicht so viele waren. Und eigentlich den Auslöser, das Buch zu schreiben, hat eins dieser ersten schlimmen Bootsunlücke gegeben, wo einige hundert Menschen ertrunken sind im Mittelmeer, als ein Flüchtlingsboot kenterte. Und ja, der Auslöser war eigentlich die Reaktion in den deutschen Zeitungen, die praktisch natürlich gesagt haben, es ist eine Tragödie, aber im gleichen Atemzug gesagt haben, ja, aber dennoch können nicht alle zu uns kommen. Und ich habe gedacht, das ist nicht genug als Reaktion auf solche Dinge. Man muss da irgendwie gründlicher nachdenken, man muss schauen, wer das ist, wer da kommt und warum und wie die Veränderung auch für unsere Gesellschaft ist. Also ich wollte ja nicht nur angucken, was haben die erlebt, sondern wie geht das eigentlich zusammen, deren Existenz und unsere Existenz in den gleichen Städten. Ja, für mich war es halt vorher schon zu sehen, dass dann eine Frage auf uns zukommt. Worauf kam es Ihnen zuallererst an während des Schreibens? Was war Ihr Hauptanliegen? Naja, ich habe schon manchmal gesagt, die Idee war eigentlich, dass das Buch, und es sollte unbedingt deswegen auch ein dickeres Buch werden, wie so ein Ziegelstein in die bürgerlichen Wohnzimmer reinzuwerfen, so als quasi blinden Passagier. Die Idee war, überhaupt erst mal eine Verbindung herzustellen zwischen der sogenannten unserer Welt, also der Welt der Ureinwohner von Berlin, der Europäer und der Parallelwelt dieser Flüchtlinge. Einfach Verbindungen herstellen und auch zeigen, dass Verbindungen schon da sind, auch dass es Erfahrungen gibt, die vergleichbar sind, dass man miteinander sprechen kann, dass die Frage der Hautfarbe wirklich nicht nur sekundär ist, sondern vollkommen ohne jeden Belang. Und ich wollte auch schauen, wie unser Leben, also das, was wir so kennen, so sagen wir mal die bürgerliche Mitte, so mit klassischer Musik im Autoradio und Ilias und Odyssee im Brücken und solchen Dingen. Wie das aussieht, wenn man das durch den Blick dieser Flüchtlinge anschaut und ob das überhaupt noch von Bedeutung ist oder ob es eben gerade von Bedeutung ist, weil der Kern dieser ganzen sogenannten Bildung eigentlich Geschichten über Menschen sind und deswegen so gut sind, weil sie auf Lebenserfahrung beruhen. Und Lebenserfahrung haben die Flüchtlinge wirklich auch. Und das hat nichts mit Alphabetisierung und Schulbildung zu tun.